Was geht ab, Leute? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Das heutige Video richtet sich an all diejenigen, die mit dem Yu-Gi-Oh! TCG starten wollen und vor allen Dingen auch an diejenigen, die mit einem schmalen Budget unterwegs sind, denn ich werde euch den ein oder anderen Budget-Tipp präsentieren, um euch die ersten Schritte auf dem Weg zum König der Spiele zu erleichtern. Doch bevor wir in die Tipps und Tricks reinspringen, die ich für euch vorbereitet habe, lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr Teil der DTV-Community werden würdet. Einfach unten den roten Button ballern, damit ihr keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh! Videos verpasst. Und damit auch genug von mir, lasst uns direkt in die Tipps und Tricks reinspringen, die ich für euch vorbereitet habe. Los geht's! Und damit starten wir auch direkt mit Tipp Nummer 1. Und zwar sprechen wir über das richtige Zubehör. Und wie ihr schon seht, muss es nicht das Beste vom Besten sein. Also Hauptsache, ihr habt etwas, um eure Karten zu schützen. Hier sehen wir tatsächlich einmal Sleeves. Ihr braucht Sleeves. Japanese Size, das ist die richtige Größe, nicht Standard Size. Japanese Size Sleeves, denn die passen perfekt um die Yu-Gi-Oh! Karten rum. Ihr braucht Sleeves, denn wenn eure Karten irgendwann mal Schaden nehmen, werdet ihr euch unfassbar ärgern. Und außerdem lässt es sich viel, viel besser mischen, wenn die Karten gesleeves sind. Dann natürlich eine Deckbox. Wie ihr seht, Plastik. Gips für 1,50 Euro in jedem Yu-Gi-Oh! Kartenladen zu bekommen. Also ich finde das Ding zum Beispiel geil. Hat Platz für 100 Karten. Also ihr könnt sogar fast zwei Decks da reinpacken. Oder zumindest Main Side und Extra Deck. Und auf der anderen Seite hat das hier so ein Fach für Würfel. Und da reden wir auch tatsächlich auch gleich nochmal drüber. Würfel. Erstmal hier die Deckbox. Also wie ihr seht, es muss jetzt hier nicht so der Super-Highend-Shit sein, so der ordentlich Geld kostet. Investiert das Geld lieber tatsächlich in Karten, bevor ihr euch anfangt, teures Zubehör zu kaufen. Dennoch braucht ihr definitiv was am Anfang, um eure Karten zu schützen. Dann natürlich, ihr wollt das Spiel spielen, ihr braucht ein paar Würfel. Also Würfel braucht ihr in der Regel, um auszuwürfeln, wer als erstes starten darf oder wer aussuchen darf, wer first geht oder second geht. Das heißt, Würfel solltet ihr auf jeden Fall am Start haben. Natürlich gibt es hier so ein paar schöne Yu-Gi-Oh! Würfel. Kostet tatsächlich auch nicht so viel. Oder ihr nehmt halt einfach irgendwelche Würfel, die ihr zu Hause habt so, das ist tatsächlich an der Stelle maximal ist egal. Hauptsache ihr habt irgendwelche Würfel am Start. So, wir schieben das mal zur Seite. Dann braucht ihr natürlich, ähm, absolute Empfehlung, einen Ordner. Alter, all die Karten, die ihr aus irgendwelchen Packs zieht, die ihr euch kauft, die ihr vielleicht im ersten Moment nicht benötigt, die ihr tauschen wollt, die ihr verkaufen wollt, solltet ihr auf jeden Fall so lagern, dass die Dinger keinen Schaden nehmen. Deswegen ist ein Ordner tatsächlich mega wichtig. Es muss kein großes super Yu-Gi-Oh!-Artwork-Design-Binder-Ding sein. Nein, einfach irgendein Ordner, vielleicht kauft ihr den Second Hand, vielleicht ist es irgendwie bei Rudis Resterampe um die Ecke, wo ihr was findet. Irgendein Ordner, wo ihr eure Karten tatsächlich verstauen könnt. Ähm, wichtig. Definitiv wichtig. So, wir schieben das ebenfalls zur Seite. Dann, genauso wichtig wie all das, was ich gerade gezeigt habe, ist, richtig, eine Spielmatte. Ey, ist egal, was ihr für eine Spielmatte habt. Hauptsache, also ob das hier so eine ist, mit so einem extrem nicen Anime-Design, äh, oder tatsächlich eine mit einem neutralen Design. Ihr braucht auf jeden Fall eine Spielmatte, ähm, um, also macht einfach Sinn so. Ihr habt die ganzen Zonen da, ne? Also es gibt nix, also nicht diese Papiermatten, ne? Also nicht diese Papiermatten, die in diesen Starterdecks drin sind, sondern tatsächlich gönnt euch einfach irgendeine günstige für 10 Euro. Hauptsache, ihr habt ne Spielmatte. Die Karten sliden da drauf viel, viel besser. Und ihr habt auch, äh, die Karten sind auch geschützter, weil ihr sie nicht auf den Tisch packt. Eure Hüllen sind geschützter. Deswegen, ne Spielmatte solltet ihr auf jeden Fall haben, falls ihr keine Spielmatte habt. Field Center. Was ist ein Field Center, fragt ihr euch. Field Center, wie ihr schon seht, ähm, zeigen tatsächlich, also sind, die werden quasi in die Mitte des Tisches gelegt, in die, in die, ja, in die Mitte des Feldes. Und hier drumherum seht ihr, so könnt ihr halt eure Karten anordnen, weil die Zonen super relevant sind. Vor allen Dingen auch erst, also spätestens seit der Link-Ära sind die Zonen super relevant, wo ihr eure Monster reinbeschwört. Und das seht ihr hier tatsächlich auf den Field Center. Die Dinger gibt's entweder super günstig online zu haben, oder ihr fragt einfach mal im Kartenladen eures Vertrauens, ob der Kartenladenbesitzer eventuell noch ein, zwei Stück dafür, äh, davon für euch übrig hat. Das ist auf jeden Fall etwas. Also entweder eine Spielmatte oder Field Center solltet ihr auf jeden Fall haben. So, Alter, wir kommen direkt zu Tipp Nummer zwei. Und zwar die richtige Deckwahl. So, und ich greife hier mal ganz kurz über mich. Die richtige Deckwahl ist tatsächlich mega entscheidend, denn ihr wollt erstens günstig rein starten und zweitens euch aber auch ein Deck gönnen, womit ihr auf Locals zumindest eine Chance habt und wo das, ähm, wo ihr quasi, also ihr investiert günstig in ein Deckthema rein, ja. So wie jetzt hier zum Beispiel Despia, aktuell ein sehr, sehr günstiges Deckthema, weil es jede Menge Reprints, äh, in der Tin bekommen hat. Fluandaries, ebenfalls sehr, sehr günstiges Deckthema. Control, anderer Spieltyp. Oder hier an der Stelle Stahlbrigade hat vor einigen, hat letztes Jahr in der Tin jede Menge Reprints bekommen, auch ein super günstig zu bekommendes Deckthema. Das Schöne an den Deckthemen ist, ihr könnt günstig rein starten, habt dennoch einen spielbaren und kompetitiven Deckkor und könnt dann über die nächsten Wochen und Monate, wenn ihr Gehalt, Taschengeld, was auch immer bekommt, ähm, die Decks mit teureren Karten tatsächlich aufpimpen und so weiter euer Deck meistern und immer besser drin werden. Klar, nervt es am Anfang, wenn man, ich sag mal, gegen die ganzen Moneykarten verliert, aber ihr solltet euch auf jeden Fall ein Deck zulegen, was in der aktuellen Meta eine Relevanz hat. Es gibt nichts Schlimmeres, als 100 Euro in Deck zu investieren, auf Locals zu gehen mehrere Male und dann immer wieder abgeschlachtet zu werden von den gleichen Meta-Decks. Deswegen definitiv, das sind zum Beispiel drei Budget-Decks, die aktuell sehr, sehr relevant sind, in der Rogue-Tier-2-Tier-1-Kategorie, die definitiv mit der aktuellen Meta mithalten können, solltet ihr auf jeden Fall, also richtige Deckwahl, super wichtig. Also investiert jetzt keine 400, 500 Euro in irgendeinen Dark Magician, Blue Eyes oder geflügelter Rache von Radek, sondern sucht euch ein Budget-Deck aus, was aktuell super, äh, was sich aktuell super spielen lässt. Wie findet ihr das am besten heraus? Ganz einfach, YouTube. Einfach googeln, einfach auf YouTube Top 5 Best Budget-Decks für den jeweiligen Monat raussuchen und dann werdet ihr auf jeden Fall fündig und dann einfach mal auschecken, was so ein Deck kostet und was quasi die teuren Karten in so einem Deck sind. So, das schieben wir mal zur Seite. Das war tatsächlich Tipp Nummer 2, kurz und knapp an dieser Stelle. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 3, definitiv nicht vernachlässigen und zwar sprechen wir über Staples. So sieht es nämlich aus. An der Stelle haben wir hier ein paar Hand-Traps, ne? Hand-Traps-Staples, super wichtig, weil ihr die Staples in jeder eurer zukünftigen Deckstrategie immer wieder einsetzen könnt. Das sind Karten, die immer rein und raus aus dem Format rotieren und tatsächlich immer eine Relevanz behalten werden. Aktuell sind das tatsächlich mit die meistgespielten Hand-Traps-Staples. Einige davon sind teuer, wir werden auch gleich noch zu Budget-Alternativen kommen. Ihr solltet euch aber auf jeden Fall Staples gönnen. Wir gehen jetzt nochmal in Going Second Bordbrecher rein, damit ihr einfach ein Gefühl dafür habt, was ihr für Karten euch ranholen könnt. Ob es ein Pankratops ist, den spielt man aktuell nur auf eins, mega günstig zu haben. Oder ein Kaiju Gamma-Siel an dieser Stelle. Oder natürlich Dark Rulando Moor hat sogar einen Common Reprint, kostet ein Euro das Stück. Oder ihr holt euch die Ultra-Rare aus der letzten Tin. Das sind auf jeden Fall Karten, die ihr euch ranholen solltet, weil die Karten für euer Side-Deck super relevant sind. Denn die zwei von drei Duellen bestreitet ihr immer mit Karten aus eurem Side-Deck. Deswegen nicht vernachlässigen, tatsächlich Beachtung schenken und euch auch Karten für Side-Deck ranholen. Ja, es sind 15 Stück, die ihr haben müsst. Ich sage es euch, es ist das Investment wert. Vor allen Dingen, weil es halt auch Karten sind, die ihr, oder vor allen Dingen, weil es auch ein Side-Deck, ihr quasi von Deck zu Deck mitnehmen könnt. So, ich zeige euch noch drei weitere Karten, die ich als Staples verstehe, die ihr tatsächlich haben solltet und die auch tatsächlich relativ günstig zu haben sind. Cosmos Zyklon, Zwillings Twister oder Red Reboot, um natürlich die gegnerische Backroad zu outen. Das sind tatsächlich Staples, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. So, kurz und knapp kommen wir jetzt mal zu Tipp Nummer 4 und zwar Budget-Alternativen. So sieht es nämlich aus. Ihr wollt, oder ihr habt im Zweifel nicht das Geld für teure Staples wie Lightning Storms oder Forbidden Droplets, weil die Dinger 30 Euro die Kopie kosten. Wenn ihr euch davon drei Stück ranholen wollt, seid ihr direkt mal 90 Euro los. Das ist eine Stange Geld, da baut ein Budget-Deck-Spieler zwei bis drei Decks von. Deswegen, ihr checkt Deck-Profiles aus, schaut euch an, was die Karten so aus diesen Deck-Profiles kosten, analysiert die teuren Karten und dann sucht nach Budget-Alternativen. Lightning Storms lassen sich wunderbar durch diese beiden Karten ersetzen. Raigeki oder ein Harpien Flederwisch. Klar machen die Karten nicht dasselbe, aber dafür kosten sie keine 30, sondern nur 3 Euro. Deswegen tatsächlich mit Budget-Alternativen beschäftigen, auseinandersetzen, immer tiefer ins Yu-Gi-Oh! TCG reinschnuppern, damit ihr einfach Yu-Gi-Oh! on a Budget, aber quasi so gut wie möglich spielen könnt. Falls ihr kein Geld für ein Droplet habt, gönnt euch einen verbotenen Kelch. Tatsächlich eine sehr, sehr gute Karte oder eine Karte, die ich eben gerade auch schon gezeigt habe. Dark Ruler No More, auch eine sehr, sehr gute Budget-Alternative. Going Second. Der Kelch kostet wenige Cents. Also verbundenen Droplet kostet tatsächlich 30 Euro aufwärts. Verbunden an der Kelch kostet 30 Cent aufwärts. Also dementsprechend analysiert auf jeden Fall und filtert die teuren Karten aus den ganzen Pop-Deck-Profiles, die ihr da draußen so findet und holt euch Budget-Alternativen an. Wenn ihr dann irgendwann das nötige Geld habt und sehr, sehr confident mit eurem Deck seid, dann könnt ihr natürlich sagen, gut, ich hau den Kelch raus, hol mir drei Droplets. All das hat allerdings noch Zeit. Auch wenn ihr kein Geld für teure Handtraps habt, wie Ash Blossom, Infinite Impermanence. Klar, Infinite Impermanence kostet auch seine 5 Euro. Drei Stück davon 15 Euro. Da kriegst du den ein oder anderen Deck-Core von. Da gibt es natürlich Budget-Alternativen. Ihr könnt euch Ghost Ogre und Schneehase holen, Geistermädchen und Spukhaus oder zum Beispiel den Effekt-Wähler als Budget-Alternative zu Infinite Impermanence. Klar, macht die Karte nicht eins zu eins dasselbe, aber irgendwo muss ja der Preis herkommen. Und deswegen checkt auf jeden Fall solche Karten aus, beschäftigt euch euch mit Budget-Alternativen. Die Karte ist auch in der aktuellen Meta sehr, sehr gut, hat mehrere Printings, unter anderem auch als Kammer im Structure-Deck, genauso wie Ghost Ogre. Karten, die ihr auf jeden Fall im Blick haben solltet und euch damit auf jeden Fall auch auseinandersetzen solltet. Gut, dann könnt ihr euch keine Ash Blossom leisten, ist halt so. Ihr könnt euch kein Infinite Imperman leisten, ist im ersten Moment so, aber habt auf jeden Fall Budget-Alternativen parat. Und der fünfte und damit auch letzte Tipp, Structure-Decks. Setzt euch mit den Structure-Decks auseinander, die aktuell auf dem Markt zu haben sind, die vor kurzem released worden sind oder die in Zukunft released werden. Dazu findet ihr auch jede Menge Videos auf YouTube, einfach mal auschecken, unter anderem natürlich auch bei mir auf dem Kanal. Checkt die Kartenlisten aus, schaut euch die Staples an, die in diesen Structure-Decks drin sind. Und vor allen Dingen ist auch das Structure-Deck Alba-Strike ein sehr, sehr kompetitives Structure-Deck, wo ihr einen Großteil eures Despia-Decks, hier habe ich euch eben gerade am Anfang bei Tipp 1 präsentiert, äh bei Tipp 2 präsentiert, eures Despia-Decks auf jeden Fall ranbekommt. Und Staples sind drin, wie zum Beispiel Ghost Ogre, Effekt-Wähler, jede Menge Fallenkarten, Dieter, wie There Can Only Be One. Also ihr kriegt mit gewissen Structure-Decks einen Großteil der Staples schon ran. Und tatsächlich auch meine Empfehlung, kauft euch nicht einfach Displays, Booster oder was auch immer. In der Regel zieht ihr nie die Karten, die ihr haben wollt. Investiert lieber gezielt, vor allen Dingen, wenn ihr mit einem schmalen Budget ins Yu-Gi-Oh! TCG rein startet. Deswegen sind Structure-Decks tatsächlich eine meiner Empfehlungen, vor allen Dingen, wenn ihr Bock auf eines dieser Deckthemen habt. Ansonsten, wie gesagt, Einzelkarten aus diesen, ähm, aus den Structure-Decks euch gönnen. Und so fahrt ihr auf jeden Fall den besten Weg. Und natürlich checkt die beste Webseite aus, wo ihr günstig Karten ranbekommt. Meiner Erfahrung nach ist tatsächlich die beste Webseite, wo man am günstigsten Staples und Karten ranbekommt, CardMarket. Weil dort nicht nur gewerbliche Verkäufer, sondern auch private Verkäufer ihre Kartenlisten, dadurch die Karten relativ schnell im Preis fallen. Allerdings auch steigen können. Und dort findet ihr in der Regel tatsächlich die besten Deals. Deswegen auf jeden Fall da einmal auschecken. Nicht Amazon, Ebay, Ebay-Kleinanzeigen macht das nicht. Wobei ab und zu gibt es bei Ebay-Kleinanzeigen den einen oder anderen Dekor relativ günstig. Also auch da auf jeden Fall auch mal schauen, was ihr so findet. Ansonsten CardMarket.com. Und das waren tatsächlich auch schon kurz und knapp die 5 Einsteiger-Tipps für all diejenigen, die mit einem schmalen Budget ins Yu-Gi-Oh! TCG rein starten möchten. Und damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, meine Tipps erleichtern euch den Einstieg ins Yu-Gi-Oh! TCG. Für all diejenigen, die das Spiel schon länger spielen und noch weitere Tipps auf Lage haben, ballert diese doch sehr gerne in die Kommentare. Teilt euer Wissen mit der gesamten DTV-Community. Und damit auch genug von mir. Ich wünsche euch einen spitzenmäßigen Tag, Abend, Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video guckt, lasst es euch so richtig gut gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.